Wie stelle ich die Menüleiste so ein, dass sie in Shopify sichtbar bleibt? Shopify bietet Benutzern die Möglichkeit, die angezeigten Menüs für ihre Benutzer anzupassen. Diese Menüs können standardmäßig für Benutzer angezeigt werden, aber einige Leute möchten sie personalieren. Rufen Sie dazu die Shopify-Website auf und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Klicken Sie dann auf diese Option. Geben Sie diesen Abschnitt hier ein. Auf der geöffneten Seite können Sie nun das Menü anpassen, das unten auf dem Bildschirm des Benutzers oder im Hauptmenü angezeigt wird. Ich wähle zum Beispiel das Hauptmenü. Hier sehen Sie, dass dem Benutzer im Hauptmenü standardmäßig drei Dinge angezeigt werden. Sie können sie löschen oder sogar ein neues Menü hinzufügen. Klick es an. Wählen Sie hier einen Namen dafür. Klicken Sie dann auf die Option und wählen Sie den entsprechenden Abschnitt aus. Klicken Sie auf die grüne Option. Wie Sie sehen können, wurde in diesem Abschnitt ein neues Menü hinzugefügt. Klicken Sie auf die grüne Option, um das Menü zu registrieren. Auf diese Weise sieht der Benutzer diese vier Menüs als Hauptmenü, wenn er die Verkaufsseite in Shopify betritt. Bitte liken und Kanal abonnieren.